Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, es gibt mal wieder ein paar neue News und so langsam neigt sich ja auch die Season im Ende und deshalb gibt es dazu natürlich auch, was das Live-Vent etc. betrifft, auch ein paar News in diesem Video. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich auf jeden Fall, wenn es so sein sollte und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung und einen Kommentar freuen und ihr könnt natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Dort werde ich heute wahrscheinlich auch etwas früher live sein, also vielleicht, wenn nächstes Video schon online ist, werde ich dort eventuell schon live sein. Schaut da gerne vorbei und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den ersten News und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Competitive-Bereich, denn dort steht schon das nächste große Turnier an. Nachdem ja jetzt am Wochenende, am Sonntag, die FNCS in dieser Season stattfand, beginnt jetzt direkt das nächste Soloturnier an diesem Wochenende. Und zwar ist es wieder das Streamhack-Event, diesmal in einem leicht anderen Format bzw. an leicht anderen Terminen. Es wird jetzt auch immer monatlich stattfinden. Das letzte Mal war ja im Prinzip wirklich ziemlich genau vor einem Monat, natürlich nicht vor einem ganz genauen Monat, vor fünf Wochen war das eben halt. Und das wird eben halt unabhängig von irgendwelchen Seasonen stattfinden, sondern es wird wirklich monatlich stattfinden, immer so wahrscheinlich so um den 20. jeden Monat. Das heißt, am 20. September irgendwann müsste es dann auch wieder stattfinden. Und diesmal geht das Ganze immer nur über zwei Tage und zwar beginnt das Ganze am Samstag, den 22.8. von 17 bis 20 Uhr findet das Ganze statt. Und das ganze System ist immer noch gleich, by the way, ein ganz geiles Feature, was noch gar nicht so lange drin ist. Ist mir zumindest erst vor ein paar Tagen aufgefallen ist, dass man endlich hier durch die Turnierdetail tatsächlich durchstrollen kann. Und so kann man sich die ganzen Playzins auch einzeln anschauen. Und ein relativ simples Prinzip eigentlich, jeder Kill bringt immer fünf Punkte. Man kann allerdings ja maximal für 20 Kills Punkte bekommen. Und zusätzlich gibt es ab Top 50 jeweils einen Punkt, bis man dann eben halt am Ende in den Top 3 ist. Dort gibt es dann zwei Punkte, für den zweiten Platz gibt es vier Punkte und für den Sieg gibt es dann sieben Punkte. Also das Placing-System ist soweit das gleiche geblieben. Die Top 750 Spieler, entweder aus dem ersten Heat und zusätzlich nochmal die 750 besten Spieler hier aus dem zweiten Heat, kommen dann tatsächlich in das Halbfinale weiter. Das zweite Heat findet eben halt dann schon später von 21 bis 0 Uhr statt, eben halt auch noch am Samstag. Und wie gesagt, das Finale findet dann am Sonntag, den 23. August start. Dort kann eben halt nur jeder teilnehmen, der dann sich letztendlich auch qualifiziert. Und ich werde gleich auch noch zeigen natürlich, wie man sich für die Heats überhaupt qualifiziert. Auf jeden Fall im Halbfinale gleiches System und dort kommen dann eben halt nur die Top 100 Spieler aus diesen insgesamt 1500 Spielern weiter. Das Ganze findet von 17 bis 20 Uhr am Sonntag statt. Und die Finals sind dann noch später von 21 Uhr bis einfach 0 Uhr 40 am 25.8. Kann allerdings irgendwie auch nicht wirklich sein. Ich glaube, es ist hier etwas falsch angegeben, denn es werden andere Informationen zumindest auf der Website angezeigt. Werde ich euch gleich auch noch zeigen. Und hier gibt es dann eben halt ganz gutes Preisgeld von 16.000 auf dem ersten. Und jeder bekommt eben halt 300 Dollar Save hier in den Finals. Und so weit auf jeden Fall dazu. Dann wie gesagt, werde ich euch jetzt einmal das Ganze auch zeigen, wie das Ganze denn aufgebaut ist. Dazu gibt es natürlich, wie auch beim letzten Mal, eine Website. Und zwar ist das diese Website. Dort könnt ihr eben halt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, einmal hier auf Sign Up Now klicken. Ihr müsst dafür 13 Jahre alt sein, ansonsten gibt es keine wirklichen Voraussetzungen. Wird bei euch anders aussehen. Ich habe Dark Mode drin, deshalb wird es wahrscheinlich eher in weiß normalerweise aussehen. Ihr müsst hier einmal eure ganzen Adressen und so eingeben. Nichts weiter eigentlich. Und dann einmal alles eben halt wie gesagt angeben. Danach bekommt ihr einen Link, worauf klicken könnt. Und dann kommt ihr zur Epic Games Website. Und dort könnt ihr dann im Prinzip das Turnier ingame freischalten. Und hier steht auch nochmal das ganze System in so einem kleinen Chart. Und dann könnt ihr euch hier unten auch noch die Zeiten anschauen. Diesmal, wie gesagt, nur am Samstag und Sonntag. Und am Sonntag wird das Ganze von 21 bis 1 Uhr stattfinden. Ich frage mich auch, wer sich das ausgedacht hat. Weil natürlich gefühlt einfach jeder Schule hat. Wenn man bis 1 Uhr zockt und dann eben halt um 6 Uhr aufwachen muss, ist es eben halt einfach absolut Killer. Trotzdem werde ich natürlich mein Bestes versuchen werden. Und natürlich auch auf Twitch-Livestream, keine Frage. Und für NIOS und NIES gibt es das Ganze natürlich auch. Allerdings gibt es insgesamt immer nur die drei Regionen. Jeweils, glaube ich, wieder 250.000 Dollar Preisgeld. Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar wird demnächst wieder ein neues Bundle in den Itemshop reinkommen. Werdet ihr vielleicht sogar auf dem einen oder anderen Gerät schon haben. Und das Ganze ist auch schon seit ein paar Wochen geleakt worden. Gibt ja auch keine Updates mehr jetzt. Deshalb konnte man es sonst auch nicht erkennen. Und das Ganze Bundle sieht immer so aus. Und man bekommt V-Bucks. Dazu eben halt die drei Stile dieses Skins. Dazu natürlich die passenden Backpacks. Und ich glaube auch noch Spitzhacke oder so gibt es auch noch dazu. Und das sollte auf jeden Fall innerhalb der nächsten Stunden irgendwann reinkommen. Und das könnt ihr euch dann natürlich auch erwerben. Zusätzlich dazu gebe ich euch jetzt nochmal ein kleines Update zur ganzen Thematik zwischen Apple und Fortnite. Beziehungsweise auch Google und Fortnite. Denn dort hatte ich ja auch letzte Woche schon ein Video dazu gemacht. Und falls ihr nicht mitbekommen habt, werdet ihr es oben mal in der Infokarte verlinken. Könnt ihr gerne auschecken. Auf jeden Fall ist es zur Zeit so, dass ab dem Season Start, ab dem neuen Season Start im Prinzip den 28. August. Also im Prinzip ein Tag nach dem Season Start kann Apple Games tatsächlich nichts mehr entwickeln auf Apple Geräten. Also nichts mehr für iOS entwickeln. Das heißt sie können nicht nur Fortnite nicht mehr weiterentwickeln für iOS. Selbst wenn sie eben halt, wenn es selbst noch im App Store drin wäre. Sondern sie können zusätzlich dazu auch keine Unreal Engine mehr weiterentwickeln. Und Unreal Engine ist so einer der beliebtesten Engines. Und wird von so vielen Spielen benutzt. Das heißt es kann eventuell sein, dass in Zukunft kaum Spieler mehr so wirklich oder wirklich ein Großteil der Spieler, die auf Mobile beziehungsweise iOS verfügbar sind, eben halt keine Updates mehr erhalten können. Was auf jeden Fall sehr, sehr schade wäre. Beziehungsweise es eventuell nicht mehr so gute Updates gibt. Weil es eben halt ohne die Unreal Engine Updates ziemlich schwierig wird. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird irgendwann gefixt. Und Apple scheint zur Zeit da wirklich nicht so nachgiebig zu sein. Also die versuchen auch irgendwie nicht irgendwie Fortnite entgegen zu kommen oder so. Und ich werde euch auf jeden Fall natürlich in Zukunft weiterhin über das ganze Thema Updates bringen. Und ich würde sagen wir kommen dann mal zum nächsten Thema. Und zwar dem ganzen Thema mit dem Live Event, mit der neuen Season. Und was ihr tatsächlich mitbekommen habt ist, dass es ja nur noch im Prinzip jetzt genau eine Woche bis zum Season Ende ist. Denn am 26. August wird schon die Season enden. Und wir haben eben halt heute schon den 19. August. Und das ist eben halt wirklich nicht mehr lange hin. Zusätzlich dazu gab es gestern eben halt auch noch eine News, im Prinzip ein News-Tab. Und dort konnte man eben halt sehen, dass da eben halt das Season Ende im Prinzip bestätigt wurde. Und zwar steht hier eben halt, schließt den Metal Pass ab, bevor die Season am 26. August endet. Um euch alle Belohnungen aus 100 Leveln zu sichern. Und damit ist es eigentlich sicher, dass die Season tatsächlich mal nicht verlängert wird. Und dass es wirklich, glaube ich, eine Premiere seit Season 5 oder Season 6. Weil die ganzen Seasons dazwischen, weißt du, Season 7 hatte Verlängerungsverausforderungen. Season 8 hatte Verlängerungsverausforderungen. Season 9, glaube ich, ebenfalls. Season X wurde auch verlängert. Season 1 und 2 oder so. Und das ist wirklich mal echt wieder schön, dass es keine Verlängerung geben wird. Zumindest stand jetzt. Eventuell werden die am Wochenende nochmal etwas raushauen. Aber ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher. Und ich glaube, man kann zu 99,9% sagen, dass die Season auf jeden Fall nächste Woche enden wird. Am Mittwoch und dann am Donnerstag wird eben halt die neue Season starten. Ich bin auf jeden Fall schon Hype drauf. Und dazu gibt es natürlich jetzt eigentlich auch immer ein Live-Event, was noch vorher kommt. Und dazu gibt es auch noch ein paar Sachen, die zurzeit geleakt sind. Einmal haben wir hier so ein Modell, das irgendwas mit dem Live-Event zu tun hat. Und es gibt dann eben halt hier schon eine Menge an Sound-Files, die hier alle für verschiedenste Events sind. Hier haben wir zum Beispiel einmal dieses Geode-Odities, die Geode-Odities-Datei. Dann haben wir hier noch ein Hightower-Event. Das ist eigentlich so zur Zeit das, was am ehesten wahrscheinlich etwas direkt mit dem Live-Event zu tun haben wird. Das ist allerdings nur ein Ambient-Loop. Das heißt, es ist kein Geräusch, was direkt für das Hightower-Live-Event ist, sondern dass tatsächlich im Prinzip, wenn man bei diesem Hightower, was auch immer das sein wird, im Prinzip steht, dann wird es dort eben halt so einen Sound geben, wie zum Beispiel Blätter rascheln, was es im Wald eben halt gibt. Wird es das eben halt dauerhaft geloopt geben. Das ist einfach der Sinne hinter diesem Sound-File. Und dann gibt es hier noch das Papaya-TV-Event. Ich weiß allerdings nicht, ob alle da tatsächlich etwas mit zu tun haben. Und es gibt dann noch einen Rift-Beacon-Crack-Sound. Und des Weiteren gibt es zum Live-Event auch noch hier einmal im Prinzip diese Rune. Das ist, glaube ich, eine Beef-Rust-Rune, die kommt aus der keltischen Mythologie. Und die hatte auch Captain America benutzt, als der auf die Karte gelandet ist. Wahrscheinlich wird das auch schon der ein oder andere mitbekommen haben. Ich hatte dazu immer noch kein Video rausgehauen. Deshalb fasse ich das alles einmal in diesem Video immer zusammen. Und es könnte eben halt hindeuten, dass wir eventuell so ein nordisches Thema eventuell bekommen. Dass eventuell auch Thor weiter in der nächsten Season hin dazu kommt. Daher wir ja zurzeit dauerhaft diese DC-Marvel-Kooperation haben mit beispielsweise Aquaman. Letzte Season mit Deadpool, mit Captain America. Das sind ja alles Marvel und DC-Helden. Und eventuell wird dort in der nächsten Season ja Thor dazu kommen. Würde auf jeden Fall zu dieser keltischen Rune zum Beef-Rust passen. Und dann gibt es zum Event natürlich auch noch, logischerweise, wie eigentlich immer, ein Spektrogramm. Dort kann man im Prinzip hier die Frequenzen sehen, wo wie viel Töne im Prinzip abgespielt werden. Und hier kann man so eine kleine Figur sehen. Was das allerdings auf sich hat, ist natürlich schwierig zu sagen. Ich hätte jetzt mal persönlich geschätzt, dass das Lux darstellen soll. Ich weiß allerdings nicht, wenn ihr dort noch interessante Ideen habt, könnt ihr es natürlich gerne reinschreiben. Auf jeden Fall ist ja Lynx so auch in den letzten Seasons wieder etwas häufiger in der Storyline gefunden worden. Die kam ja ursprünglich, glaube ich, in Season 7 oder so rein. Oder Season 8, irgendwo so in der Region, glaube ich. Und beispielsweise im Season 2-Trailer war die einmal drin. Im Season 2-Live-Event konnte man auch eine Akte von Lynx sehen. Und eventuell wird dort die ganze Story ja fortgesetzt. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das ganze Live-Event wird. Allerdings ist es natürlich auch eine Frage, ob jetzt überhaupt noch ein Live-Event kommt. Da wäre ja beispielsweise jetzt in-game einmal an diesem Wochenende eben halt das Stream-Event kommt. Und ich denke nicht, dass in der Zeit eben halt ein Live-Event kommt, weil es eben halt von 17 bis 0 Uhr im Prinzip geht. Normalerweise Live-Events finden so um 19 Uhr statt. Und deshalb wäre es eigentlich relativ unlogisch, dass dort irgendwo ein Live-Event kommt. Dann am Sonntag haben wir eben halt die Finals zusätzlich. Dazu gibt es ja auch noch das Creative Madness Event. Dort werden eben halt jeweils immer vier Pros, beziehungsweise nicht vier Pros, sondern vier Content Creator aus verschiedenen Regionen gegeneinander spielen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das Live-Event, beziehungsweise wie dieses Event ablaufen wird. Auf jeden Fall dort zum Beispiel ist glaube ich für Deutschland Mickey und Trimax vertreten. Und das Ganze wird wie gesagt auch am Sonntag stattfinden. Und dann gibt es eigentlich noch den Montag, Dienstag und rein theoretisch auch Mittwoch, wo etwas stattfinden könnte. Allerdings müsste es dafür ja auch irgendeine Vorbereitung geben. Ich hätte jetzt mal so geschätzt, dass jetzt eben mal schon irgendwas in Vorbereitung darauf kommen sollte. Und es gibt auf jeden Fall noch eine Sache, die eventuell so ein bisschen auf dem Live-Event hinzudeuten könnte. Und zwar müssen wir dazu einmal in Replay gehen. Und wir hatten ja vor so ein paar Wochen eben halt eine Challenge, wo wir so ein Raumschiff starten mussten, das eben halt auf der Insel gelandet ist. Das war eben halt nördlich von Craggy Cliffs und da gibt es jetzt eben halt eine Neuerung zum Raumschiff. Denn wir hatten das ja ursprünglich wirklich in den Weltraum geschickt, dass er eben halt wieder zurück zur eigenen Insel oder wo auch immer hinkommt. Und jetzt ist das Ganze tatsächlich wieder zurück auf der Karte. Ich werde euch das gleich jetzt einmal zeigen. Und eventuell hat das ja wirklich etwas mit dem Live-Event zu tun, beziehungsweise soll so ein bisschen auf die neue Season hindeuten. Und das ist eben halt wirklich so eigentlich der einzige Anhaltspunkt, den es zurzeit für das Live-Event gibt. Denn ansonsten gibt es eben halt, wie gesagt, wirklich gar nichts. Und ja, eigentlich gibt es eben halt zumindest mal so eine Woche oder so vorher mal irgendwelche handfeste Sachen, die jetzt so auf dem Live-Event hindeuten könnten. Aber wie gesagt, jetzt haben wir auf jeden Fall hier wieder das Raumschiff wieder zurück auf der Karte. Das befindet sich jetzt auf der ganz südlichen Seite der Karte. Da fliegen wir jetzt einmal ganz kurz hin. Und zwar befindet sich das hier wirklich, glaube ich, so ziemlich am südlichsten Punkt, südlicher als Missy Meadows. Dort, wo im Prinzip vorher auch der Rohrmann in der letzten Season war. Und es müsste jetzt irgendwo, glaube ich, hier so in dieser Region sein. Genau dort unten kann man es schon sehen. Da ist das Raumschiff jetzt. Sitz tatsächlich keiner mehr drin. Vorher war da ja immer dieser Deo-Skin drin. Jetzt sitzt hier wirklich keiner mehr drin. Die Frage ist allerdings, warum das E-Malt jetzt wieder gelandet ist. Weil diese konnten ja eigentlich abhauen. Und eventuell wollen die jetzt nochmal starten. Irgendwie vielleicht am Anfang der nächsten Woche erzeugen einen Riss. Und damit passiert dann vielleicht irgendwas. Das wäre so eigentlich die Haupttheorie, die man vielleicht zur Zeit haben könnte. Denn es gibt auch E-Malt in den Leaks, glaube ich, irgendeinen Leak, wo es eventuell wieder einen Rift geben könnte. Aber wirkliche Live-Event-Infos gibt es ansonsten eben halt nicht. Und das, was ich mir eventuell denken könnte, ist entweder, dass wir eben halt ein Live-Event wirklich erst am Mittwoch bekommen. Dass im Prinzip am Mittwoch dann das Live-Event ist. Und danach im Prinzip direkt die Server offline gehen. Und dann am nächsten Tag, am Donnerstag, dann direkt nach dem Live-Event im Prinzip die neuen Server aufgespielt werden. Und so dann auch die neue Season reinkommen wird. Und ansonsten könnte es ja im Prinzip eigentlich nur noch sein, dass es eventuell, ja, wirklich nur das Live-Event in einem Trailer passiert. Was ich allerdings sehr, sehr schade fände. Oder, dass im Prinzip diese Season nur eine Vorbereitung auf das nächste Live-Event ist. Was natürlich auch sehr, sehr nice wäre. Das fand ich ja diese Season schon sehr, sehr cool mit den ganzen Wassersenkungen. Dass wir dort wirklich viele Sachen während der Season hatten. Und eventuell wird es ja eben halt so sein, dass diese letzten Wochen dieser Season eben halt erstmals so, wie normalerweise der Anfang jeder Season war. Und dass wir dann im Prinzip jetzt am Ende der Season so ein ganz kleines Live-Event vielleicht bekommen. Wo wir dann im Prinzip eine neue Region mit vielleicht ein paar Map-Updates bekommen. Und die nächste ganze Season dann im Prinzip so langsam auf das Live-Event hinarbeitet. Das wäre nämlich auch wirklich mal sehr, sehr schön, wenn es eben halt nicht nur immer so ein Live-Event über eine Woche geht, wie sich das aufbaut. Sondern eben halt wirklich über eine lange Zeit geht. Das war ja die letzten Seasons eigentlich nur so, dass es im Prinzip auch wirklich lang gedauert hat. Weil eben halt die Season einfach ewig verschoben wurde. Ansonsten hätte das aber auch immer nur ein, zwei Wochen gedauert, bis das Ganze dann eben halt vollendet wurde. Und wäre ganz cool, wenn es in der nächsten Season dann vielleicht dauerhaft so wäre, dass irgendwas damit passiert. Aber wie gesagt, zur Zeit haben wir im Prinzip nicht wirklich viele Andeutungen, die auf ein Live-Event hindeuten. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls irgendwas hier in Fortniton passieren sollte. Und wenn dann dazu nichts verfasst. Und könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher auf Twitch wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.